Blub, blub, Leute. Ja, seht ihr das? Irgend so ein Assi. Ich will jetzt keine Namen nennen, Lüg. Nein, du willst keine Namen nennen. Also Lüg, so, ne? Hat die Flood angemacht. Ich hab zwar gesagt, ja, ich wollte gerne mal mit der Flood spielen vor dieser Runde und hab gesagt, so, ja, aber dann sind wir die Allianz. Ja, aber dann sind wir die Allianz und nicht die fucking UNSC, die einfach von denen überrannt werden. Ich glaub, wir haben grad ein größeres Problem, als die Covenants bekommen. Aber ich will mal kurz anmerken, es ist wunderschön, die Verzweiflung deiner Stimme zu hören. Das macht einen Hölle Spaß. Ja, siehst du, dass da steht Containment Breach, Flood Threat is high und Time Until Flood Offensive ist zero seconds. Wenn die wirklich an ist, sind wir sowas von effed, Leute. Wow, wir spielen übrigens Sins of the Prophets und ja, ich mach mal die Pause raus, weil wir sind zu tot. Also ich glaub immer noch nicht, dass sie an ist. Ich leugne es. Es gibt keine, es gibt keine Verteidigung in die Flut, by the way, für uns. Keine. Null, niente, nada, zero. We dead. Okay, wo krieg ich mein, ich brauch Starbases. In der Hoffnung, dass die die nicht einfach übernehmen, die können die auch einfach übernehmen, die haben keine Chance. We dead. Oh, und ich hab, ich hab die, ich hab die Typen hier. Ich hab die Allianz hier, aber ich konnte sie locker zurückschlagen. Ich hab deren Capital Ship einfach zerstört. Schön zu hören. Ja, wir haben auch schlimmere Sorgen gerade. Ich weiß nicht, ob ich meine drei Capital Chips noch habe. Ne, vier, fünf. Ich hab fünf. Ich hab meine drei hier. Ah, keine Ahnung. Gibt's vielleicht irgendwie so eine Superwaffe, die Abilities to save? Weil jetzt ist dieses Jahr der Modi auf einen anderen gewechselt, auf einen anderen Planeten. Ja, es kann sein, dass die Allianz das gerade bei dir macht. Wenn die die Superwaffen schon haben, das ist... Also ich weiß, dass es die im Vanilla Game gibt. Aber wenn die jetzt hier Superwaffen haben, dann sind wir sowas von guten Tag und goodbye. Übrigens wären das die einzigen Sachen, die uns helfen könnten, die Flut zu besiegen, by the way. Das zeigt. Würde uns auch Wille helfen? Hilft Wille? Wie Wille? Ja, einfach der Wille, sie zu besiegen. Nein. Du bist ja ein Witzboll. Nein. Nein. Das macht mir gerade einen Spaß. Glaubst du es? Ich hab ein Spiel mal gegen die Flut gemacht, Leute. Ich war innerhalb der ersten fünf Minuten tot. Gegen die. Okay, meine Botschafter sterben noch. Wir müssen dieses schwarze Loch klären, was zwischen uns ist. Wir kommen nicht durch. Doch, die kommen gerade durch. Und jetzt sind sie safe. Ja, ich hab vier Leute losgeschickt. Oh. Ich hab zwei losgeschickt. Sind bei dir welche angekommen? In deiner Hauptwelt, meinst du? Ich hab einen zur Hauptwelt und eine zu der rechts daneben halbwegs hier geschickt. Nein, alle tot. Okay, dann schick ich noch ein paar mehr los. Und ja, wir sollten es klären, aber irgendwie hab ich gerade auch das Bedürfnis, Planeten zu sichern, weil die Allianz hier gerade angetanzt ist. Oh, wir haben sie übrigens gefunden, ne? Deswegen. Äh, okay. Wie mach ich, wie mach ich hier Sternenbasen nochmal? Repair Ship, Geneva Class Envoy, ich meine, dann mach ich mal vier Stück. Äh, ich hab keine Ahnung, wie ich die Sternenbasen mache, Chef. Äh, die, die Kolonieships, die konstrukten die. Wirklich? Ja. Wenn dem wirklich so ist, ist das kein Problem. Ich baue mal die erste Sternenbasis einfach mal auf. Ja, ich will das auch unbedingt. Ja, komm, ich nehme jetzt mal diese zwei Frontplaneten hier als erste Verteidigungslinie. Bisschen nicht erweitern. Verfahren? Du bist da in der schönen Pocket. Ich bin da nicht so Polly Pocket mäßig dabei. Oh, die kamen bei mir hier rüber, glaube ich. Weil den Planeten, wo ich hier gerade fliege, der ist noch voll mit Zeug. Okay. Not gut, not gut. Mhm. Okay, kann ich? Ich habe Advanced Terraforming, damit kann ich wohl alles terraformen. Ich habe noch nicht das... Warte mal, kann ich? Ich habe Infinity Class Design voll. Ich habe die... Ich habe die voll. Das heißt, ich kann die Infinity jetzt bauen. Das einzige Schiff, was uns auch nur im Entferntesten helfen kann, weil das das einzige Schiff der UNSC ist, der gesamten fucking UNSC das Schilder hat. Kann es sein, dass die UNSC ein recht unfähiger Haufen ist, so wie du das jetzt mir schilderst? Hast du da irgendwie jemals Zweifel dran gehabt, dass die ein unfähiger Haufen sind? Es ist ein Mensch schon, also okay, ja, okay. Frage hat erledigt. Ist in Ordnung. Merkst du? Jetzt ist noch dran gezweifelig gesagt Trump. Dann wäre alles klar, oder? Die Menschheit ist schon ein lustiger Haufen, ne? Die ist voll der lustige Haufen. Hahaha. Die alle und ihr alle geht erstmal Richtung Heimatplanet von ihm. Mal gucken, wer ankommt, Herr Fun. Ähm. Ah, der ist ein Scout von ihm. Ja, okay, der erste Scout ist da. Du sagtest, ein Orbital Command und vier Hangars sollten wir am besten machen, oder? Äh. Keine Ahnung. Viele Hangars habe ich nur gehört. Aber Kanonen oder Hangars ist jetzt halt die Frage. Äh. Kanonen auch. Oh shit, ich werde angegriffen. Ja, sie kommen, sie kommen über den, über die Undiscovered World hier. Äh, definitiv. Kanonen musst du auch haben und zwar eine Masse ohne Ende. Also so ist das nicht. Du brauchst die. Aber du solltest vielleicht doch dich sehr auf Fighter konzentrieren. I don't know. Ich habe das nur gehört, ob das jetzt wirklich richtig ist. Habe ich keine Ahnung. Versuchen wir es einfach mal. So, aber... Ah, nein, die sind nicht fertig. Ich habe so viele Waffen in Auffrage gegeben und nicht eine ist fertig von denen, ey. Nicht eine. Okay, die, äh, Battlecruiser von denen werden gerade aufgehalten. Warum ist nicht eine der scheiß Waffen fertig? Und ich habe schon erforscht, dass meine Sachen schneller gebaut werden, ne? Es dauert Ewigkeiten, bis die Stationen gebaut sind. Ja, das kann ich mir vorstellen. So langsam wie die Waffen gebaut werden. Oh, wie der Markt einfach mal ultra getankt ist, ne? Ja, also gerade verkaufen bringt überhaupt nichts. Habe ich auch gemerkt. Ich muss es aber. Oh Gott, und jetzt kommt... What? Oh Gott, die kommen mit drei Capital-Schips bei mir an. Komm schon, Mac-Cannons. Voll drauf, komm schon. Bitte trefft auch. Es wäre eine gute Sache, wenn ihr treffen könntet. Ne, okay, es ist nicht ein Capital-Chip dabei. Es sind doch nur normale Cruiser. Die gerade mit Atomraketen beschossen werden. Mehr Schaden, mehr Cortana, mehr Hülle. Mehr Hülle, mehr Hülle, Leute. Ich brauche Hülle. Oh ja. Mehr Panzerung, mehr Hülle, noch mehr Panzerung. Mehr Schaden, I think. Was ist das hier? Termite Warheads, mehr Damage, mehr Damage, Rate of Fire, yes, komm. Ist mir scheißegal, ey. Ich habe sowieso viel zu viele Ressourcen. Weg damit. Blast dir alle in die Hölle. Macht einfach irgendetwas. Egal was. Ich habe den Angriff zurückgeschlagen, by the way. Nice, ich stelle gerade die Verbindung her, also wenn das Schwanz nur Outlaws ist. Passt das. Clears du das gerade? Ja. Wenn man das ist gut, den Planeten daneben muss ich noch einen nehmen. Da wollte ich jetzt gerade eigentlich hin, als ich so arschig unterbrochen wurde. Mach den Cruiser kaputt. Das ist nur ein Outlaw Cruiser, das ist doch nicht mal ein Schlachtschiff von denen richtig ist. Das ist nur ein fucking Cruiser. Who cares? Mehr Rate of Fire, ja, läuft. Mehr Rate of Fire, I don't care. Ich habe kein Geld. Aber zumindest meine Industrie ganz gut. Ich habe die starken Industrie-Upgrades so ziemlich alle. Deuterium verkauft sich gerade extrem gut, wenn du was hast. Ich habe eine Menge. Dann wird das Zeug mal los. Ja, du. Oh, ich glaube, die haben Planeten von mir zerstört. Mit einem Assault-Carrier. Das habe ich auch nicht mitbekommen. Oder? Der Planet hier, war der nicht eben mir? Bin ich mir nicht sicher. Ja, war er. Denn mein Kolonieschiff fliegt da gerade hin. Das ist dann natürlich ganz doof. Ich würde einfach mal sagen, Gott damn it. Die haben den Planeten einfach mal eingenommen. Und das ist alles von der Battlecruiser. Ich schau mal. Und ja. Hässlich. Das ist... Gott damn it. Habe ich noch ein paar Kolony-Fregatten? Ja, ich habe noch eine. Damn it. Wie die die einfach mal eingenommen haben. Ich habe sie nicht mal gecheckt. Was zur Hölle? Ja, die Starbases sind so scheiße, ey. Die Anchors. Äh, ich glaube, ich sollte einfach mal ein bisschen höher pushen. Okay, und ich werde jetzt auch direkt einen Planeten dazu auserkoren, Dingsen, dass ich meine Chipyard bauen kann. Wo baue ich die? Deine Tatenyard. Ja. Hier, das ist dann Logistik Structure. Braucht aber zwölf Slots, also. Ja. Kann ich hier jetzt schon mal nicht bauen. Toll. Wo kann ich die denn überhaupt bauen, ey? Äh, oh Leute, das ist Stress pur gerade. Ich kann die nicht bauen. Kein Platz für das Ding. Anywhere. Oh, geil. Die haben meine Dings einfach mal vernichtet, ne? Ich engage sie gerade. Oh. AdSansa? Ach so, dort. Ja, und auch ein Battlecruiser, der hier abgeht. Ein Lightcruiser. Das ist aber gut, das heißt, sie haben sich aufgeteilt. Ich verstehe dein, dein Platzproblem. Es ist echt. Ja, und ich habe gerade die Prayers of the Void am Arsch mit 50.000 Schild. Ich glaube, ich bin tot. Ich habe viel zu wenig Schiffe. Äh, ich soll ich meine Flotte mal überjagen? Es ist zu spät, die sehen, meine ist tot. I'm dead. Erste Engagement, I'm dead. Also erstes richtiges Engagement, wo ich angreife. I'm so dead. Alle meine Schiffe sind gerade vernichtet worden. Alle. Alle down. Alle down, Leute. Alle down. Alle down. UNSC cannot afford your request at the moment. UNSC cannot afford your request at the moment. UNSC cannot afford your request at the moment. So, did you miss me? Currier standing by. Planetside Infrastructure complete. Research order complete. So, where do we stand? Ich kann den Planet nicht einnehmen, es ist einfach... Valiant super heavy. All systems go. Orbital structure complete. Inbound UNSC reinforcements. Es ist einfach done. Ich habe keine Ahnung, Leute. Es ist... Die metzeln einen nieder, da kannst du gar nicht gucken so schnell. Mehr Hullpoints, mehr Armor, vielleicht habe ich noch eine Chance. Spartan assault teams bringen mir leider gar nichts im Space Combat. Das habe ich schon immer gehasst. UNSC cannot afford your request at the moment. Marathon glass crews are open running. Planetside infrastructure complete. Orbital structure complete. Ich meine, ich habe eine gute ähm, Dings gerade. Wirtschaft meinst du? Ja, das ist alles, was mich gerade am Leben hält. I think I've got enough nukes to pop a star. Ja, du kannst gar nichts, kannst du, Junge. Oh, und sie greifen mich jetzt hardcore an, ne? Immerhin habe ich hier eine Starbase. Oh Gott, ja, die striken mich jetzt von allen Seiten, ne? An dem einen Planeten. I'm so dead. Colony, what? Soll ich dir was sagen? Äh, will ich es hören? Probably not. I lost another planet. Get it some the way. Ich, warte, 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 ich mach's so. Ich jag mal meine Flotte plus Verstärkung, die gerade gebaut wird, zu dir rüber. Ja, Leute, ich würde sagen, das war eine schnelle Runde, ha? Noch nicht. Noch nicht. Aber immerhin, ich habe ein paar Macs. Ich habe ein paar Mac-Cannons und die zerstören gerade deren Capital-Chips mit zwei Schüssen. Das ist so geil, ich liebe die Macs, ey. Macs sind so gut. Aber auch meine Starbase wird gerade ziemlich gepoundet. Um nicht zu sagen, komplett zerbixt. Ne, sie hauen ab, sie sind, oh nein, sie tun sich mit den neuen angekommenen Truppen zusammen, schön. Na, vielleicht habe ich sie zurückschlagen können. Ich habe zumindest eine ganze Menge Schiffe zerstört. Also ich sage dir, Starbase plus Kanonen drumherum, it works and it helps. Okay, dann brauche ich zwei, ne, drei neue Colony-Chips zum Bauen. Ich meine, ich habe eh verloren, die haben mich. Die haben mich am Sack. Da ist gerade die Flotte von dir. Hast du noch eine Flotte oder brauchst du gerade? Ich habe eine volle Flotte wieder aufgebaut gerade, aber ich weiß nicht, ob so viel will. Warte, bevor du angreifst, weil ich ziehe gerade meine Schiffe. Zu spät, ich muss verteidigen, ich habe keine Wahl, ich muss angreifen. aber ich verteidige nicht den Planeten da vorne und dann warte, bis ich da bin und dann können wir deine hintere Linie halten. Hier ist klar, dass wir eigentlich schon verloren haben, wenn wir die hintere Linie halten. Ja, aber dann können wir erst mal zusammen ihre Flotte zurückschlagen und dann wieder erweitern. Weil wenn du da jetzt alleine reinspringst, wird deine Flotte wieder zerstört, vermutlich mal ganz hart. Noch nicht. Wenn du es versuchen willst, ich schicke meine Flotte trotzdem mal zu dir rüber. Also die kommt so, das so. Wo kann ich scuttlen? Scuttlen. Scuttle. Ich brauche was für die Uni Special Assembly Plant. I need it. Das Ding braucht so unendlich viel. Ja, ich habe keinen Platz mehr. Es ist einfach total beknackt. Nein, nicht nur du, ich muss ohne Ende abreißen, dass ich das Ding bauen kann. Aber wir brauchen die Infinity. Nur mit der Infinity haben wir eine kleine Schaus. Oh ja, ich habe gerade auch so eine Smash abbekommen, aber das kann auch ein Solar Flare sein. Das sind die Special Events, die kommen können. Ganz schön dreckig, wenn dich sowas trifft, aber ich meine, das kann die anderen natürlich auch treffen. Wie viele Slots brauche ich? Warum wird mir eigentlich nicht angezeigt, wie viele Slots ich brauche noch? Wie viele frei sind oder wie viel maximal sind oder so, das sehe ich hier nirgends. Meinst du für deine Schiffe? Ja. Nee, für meine Logistik Slots gerade. Achso, ja, der Zähler ist halt nicht automatisch zusammen. Okay, also den einen Planeten konnte ich verteidigen. Ich sehe es gerade, ist die Flotte zerstört worden oder hat sie sich zurückgezogen? Äh, teils, teils. Großteil ist zerstört worden. Schon mal eine gute Nachricht. Ein Großteil ist zerstört worden. Das Capital Ship, bei dem ich so lange gebraucht habe, Instakill. Okay, ich kann sie bauen. Ich musste dafür leider ein Lab, ein Civil Lab und eine Mining-Dings abreißen, aber ist mir scheißegal. Ich meine, was soll ich machen? I need that shit. Pfff, 40.000 Credits? Ja. Leute, wie soll ich denn so lange überleben? Dafür brauchst du relativ wenig Titan und sehr, sehr viel Leuterium. Wenn du willst, dann fang... Ich hab 20.000. Dann, ich fang jetzt an zu sparen. Sag mir dann gerade, was du noch brauchst. 20.000 Credits, wie was damit? Szene könnte ich dir instant geben. Braucht halt bloß deine Hilfe, wenn ich Weine bauen will. Ja. Knapp, knapp, knapp. Ich komme fast hin, Leute. Ich meine, die wird eh noch ewig dauern, ey. Willst du mal kurz hier kolonisieren? Weil dann kläre ich die zwei Planeten für dich durch. Klar. Sag mir einfach, ich habe noch ein Colony-Chip irgendwo. Nee, oder auch nicht. Ich kenne die Zeit. Ich habe auch schnell eins. Kolonisch war das, wenn ich, ich will dich nicht holen, dies sollten dir gehören. Ja, wäre auch besser so, weil ich verliere hier ohne Ende Planeten gerade. Genau deswegen. Oh, Inbound Slip Space Anomaly. Yay. Noch mehr Spaß. Insofficial Fleet Capacity? 400 Supply. Ihr wollt mich doch mal am Arsch nuckeln, ey. Sorry für den Ausdruck, aber was zur Hölle ist das denn, ey? Braucht das Schiff oder was? Ich habe jetzt alles. Das ist heftig. Ich habe... Okay, von wegen so wenig Titanium. Die braucht 12.000 Titanium. Ja, ich brauche Titanium. Me needs Titanium, Leute. Planet 1 ist so gut wie gekleert, schick deinen Planeten schon mal los. Ja, mein Colony Ship ist auf dem Weg. Ich weiß nicht, welchen Planet du noch meinst. Second Base? Ja, Second Base und Green Hills. Ja gut, also mein Colony Ship kann ja einfach weiterfliegen. Das ist nicht das Problem, aber meine Flotte wird gerade zerbickst. Ist die bei Sansa? Äh, ja. Ah, da ist meine Verstärkung. Ah, da ist meine Verstärkung. Und ich kann halt nichts bauen. Ich brauche verdammt noch mal äh, Titanium. Und zwar einen Hintern voll. Ich brauche noch mal 6, 7.000. 7.000 brauche ich. 7.000 Titanium. Kaufen ist gerade arschteuer. Ja, ich habe gerade gekauft. Deshalb ist es so arschteuer. Ich fürchte, ich habe schon wieder einige Capital Chips auf Stufe 8 und sowas von mir gekillt. Ich kriege ein Second Base und dann gehe ich zu deinem gehe ich zu Odessa nach vorne. Währenddessen Inbound Slipspace Anomaly und ich kann keine neue Flotte bauen. Oh, scheiße, ich habe verkauft. Nein, ich wollte kaufen. Yeah, I think my fleet is dead. Oh, was? Okay, ist nur ein Outlaw Cruiser. Ich dachte, das wäre die Flotte. Oh Gott, ich habe gerade einen Herzinfarkt bekommen, ey. Oh, und meine äh, Base wird vernichtet. Schön. You can't save Odessa now. Yeah, I think. I think you're right. I think you're so freaking right. Aber viele Capital Chips sind noch nicht dabei oder täuschen mich gerade? Dafür sind meine alle hin. Alle. Ich stecke alle Hoffnungen in diesen fucking Titan. Er ist ja jetzt schon im Bau. Noch nicht. Was fehlt jetzt noch? Ich habe da ein bisschen was rüberschicken können. Oh, ich brauche noch 10 Deuterium. Done. Bau. Meine Flotte besteht aus zwei Schiffen. Meine Flotte besteht aus zwei Schiffen, Mann. Und ich habe wieder einen Planeten komplett verloren. UNSC kann nicht ähm, ja, gib mir. Komm schon. Flitz-Space-Rapture detected. Oh mein Gott, kommen hier Flotten an, ey. Habe ich den Planeten da unten? Nein. For some reason. Ist hier alles voller Heavy-Destroyer und Battlecruiser. Oh, ja, die kamen gerade neu. Ich versuche den Planeten noch kurz zu holen. Ich kann dann wieder runterhopsen. Meanwhile. Okay, die Anker Station hat volle... Die hat 28.000 Hülle. Mehr kann ich nicht bieten. That's it. Oder soll ich nach Odessa? Wo willst du dich lieber haben? Äh, Odessa. Aber besser wäre, wenn du den Planeten da gerade noch frei machst, weil die nehmen den sonst. Instant. Ja, okay. Ich spring wieder runter. Ich will meine Colony-Ships gehen irgendwie verloren, die die Starbases bauen sollen. Ich finde die nicht. Reifen heute hier. Ist leichter. Kann dir da nicht helfen. Warte mal, hier ist ein Colony-Ship. Das ist gut. Wo ist Nummer zwei? Ah, da sind sie. Oh mein Gott. Schön. Sie sind da. Sind meine Geneva-Cruiser bei dir angekommen? Ich habe gerade echt keine Zeit zu gucken. Äh, ich schaue gleich. In meiner Hauptwelt. Also Hauptwelt ist... Ja, Hauptwelt. Da stehen sie. Vier Stück. Die dürfen da nicht alle stehen. Ich muss sie gleich noch aufteilen. Ich habe nur gerade absolut keine Zeit und nervt dafür. Warte mal, ich mache das schnell mal. Äh, weil die sollten da nicht alle stehen. Ich habe es auch vier Schin-Shin-Iber bei dir stehen. Packs, wir können einen machen. Sehr gut. Wichtig ist halt, dass sie nicht alle am selben Planeten stehen, sondern sie sind ineffizient. Ja, klar. Äh, wo da? Manage Packs. Äh, ja. mehr haben wir nicht. Wirklich? Habe ich nur den einen? Anscheinend haben wir nur den einen. Was macht er dann? Trade Value. Okay. Ja, Trade Value is nice, aber... Okay, dein Planet ist clear. Ich gehe wieder zurück und bereite mich auf den Odessa-Sprung vor. Danke dir. Ich muss mir erst mal meine Flotte jetzt nachbauen. Again, by the way. Ja, aber gut, die Verteidigungsstrukturen sind da. Die sind gut. Also, meine Defense Wall ist gebaut. Ich kann jetzt nichts mehr machen, außer Starbases noch upgraden. Gut für dich. Wie wäre es, wenn du mir hilfst, Sansa einzunehmen? Bei den Starbases, kannst du mir sagen, was da wichtig ist? Äh, Damage aushalten, also das zweite und das erste. Das erste ist Damage, das zweite ist Hülle. Okay. Die Hungerbases sind wahrscheinlich noch ganz geil. Koordination. Könnten helfen, ja. Instruction Base, nee, braucht man nicht. Docking Tube. Ach, keine Ahnung. Lassen wir es einfach mal so. Oh, flotte. Okay, ja, da ist ein bisschen flotter. Kommt, 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 Leute. Sammelt euch. Das erste Mal, das erste Mal, dass wir genügend Geneva gemacht haben, weißt du, und wir brauchen sie nicht. Weil wir eh keine Pakte haben können. Ordentliche. Ähm, also second. Titan ist on the way. Ich bin fast halbfertig. Nice. Leute, wir müssen hier leider einen kleinen Cut machen. Bo, es ist spannend. Wir sind aufeinander getroffen. Äh, es sieht nicht gut für mich aus, aber Luke hat zumindest gute Kontrolle, wenn er das halten kann. Oh Gott, du hast so viele Planeten, ne? Ich wünsche euch halt auch so viele. Solangst du mich nicht angreifen, ist das... Ja, du hast ziemliches Lack dabei. Aber du musst noch, ähm, niemals zu den Flatt fliegen, weil sonst sind deine Schiffe einfach weg. Äh, aber du solltest zu dem Planeten hier hinten pushen. Hier. Ich könnte den Graveyard einnehmen, meinst du, ne? Die ganzen... Ja, den auch. Den sowieso. Das habe ich bei mir nämlich schon lang gemacht. Das ist das, was mich ziemlich über Wasser hält, weil ich richtig... Ich kriege halt, äh, ich kriege meine Flotte gerade nicht weg. Das ist das... Die ist ja gerade... Ja, das ist das Problem, ja. Vor allem da in dem Planeten. Second Base. Ich könnte noch eine neue bauen. Ja, komm. Muss ich machen. Wird teuer. Das wird sehr teuer. Ja, ich habe schon drei gebaut, also... Nur leider sind meine nicht mehr existent. Das ist das Problem. Ja, wir müssen auf jeden Fall weiter pushen. Wir müssen weiter Fregatten bauen und auspushen und gucken, was wir hier rausziehen können. Mal schauen, ob wir es reißen können, Leute. Seid gespannt. Wir geben uns Mühe. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao. Ciao. Ciao.